Das Vier-Sterne-Kur-Hotel Ulrika befindet sich in der historischen Sadova-Strasse, 150 Meter von der Gartenkolonnade und dem malerischen Dvorschach-Park entfernt. Hier finden Sie Erholung inmitten von Schönheit und Harmonie. Die Mühlbrunnkolonnade ist 400 Meter entfernt, die Sprudelquelle 800 Meter. Die 70 Zimmer der Ulrika wurden im Jahr 2019 komplett renoviert und bieten nun unterschiedliche Kategorien von Komfort. Allesamt sind sie stilvoll mit exklusiven Möbeln eingerichtet und mit moderner Technik ausgestattet. Es gibt jeweils einen LCD-Fernseher mit Satelliten-TV, einen Safe, eine Minibar, schnelles WLAN, Telefon sowie Sicherheits- und Klimaanlagen. Einige Zimmer verfügen auch über einem Balkon. Die Gäste der Ulrika nehmen ihre Mahlzeiten im geschmackvoll eingerichteten, hoteleigenen Restaurant ein. Außerdem gibt es hier eine Glasveranda mit schönem Blick auf die Stadt, eine Sommerterrasse und eine Lobbybar. Auf der Speisekarte des Restaurants stehen tschechische und internationale Gerichte. Ein hauseigener Diätassistent berät bei Bedarf die Gäste. Dementsprechend kann auch auf Wunsch Diätkost angeboten werden. Die therapeutische Abteilung der Ulrika wird über eine direkte Zuleitung mit Heilwasser für eine Reihe von balneologischen Behandlungen versorgt. Ein weiterer Vorteil ist die Verwendung von natürlichem Torfschlamm. Die Ausstattung des therapeutischen Zentrums wird regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht, sodass die Gäste auch in den Genuss modernster Anwendungen wie etwa der Kryo-Kältetherapie, der Diathermie, des Floating, der LPG-Therapie, der hochinduktiven Magnettherapie und vieler anderer kommen. Die Effizienz der Behandlungsprogramme wird durch das professionelle und einfühlsame Personal von Ärzten und Krankenschwestern noch weiter gesteigert. Im Ulrika gibt es für die Gäste darüber hinaus ein grosszügiges Schwimmbad, einen Spannungsbecken mit Wassermassage, Whirlpools, vier Arten von Saunen, ein Solarium und einen Fitnessraum. Buchen Sie Ihren Aufenthalt und Ihre Behandlung im Kurhotel Ulrika zu den günstigsten Preisen auf sanatoriums.com Buchen Sie Ihren Aufenthalt und Ihre Behandlung im Kur existence! Vielen Dank.